Es ist so, dass ich jetzt heute hier zu diesen Basics des rechtlichen Hintergrunds gar nicht so viel sagen werde, weil wir heute ja in diesem Seminar eigentlich mal einen Blick über den Tellerrand hinauswerfen wollen. Was gibt es noch für Themen ab von den klassischen Rechtsthemen in der Praxis, die ich gerade genannt habe? Zum Beispiel, wie verändert sich der Markt dadurch, dass wir Investoren im Gesundheitsmarkt haben werden, die jetzt auch in die ambulante Versorgung hineinkommen? Wie wirkt sich das auf die Zulassung des Arztes im Einzelnen aus? Was ergeben sich dadurch für Herausforderungen für ihn in der Zukunft? Sind das nur Risiken oder stecken da vielleicht auch Chancen drin? Das ist das, was heute mein Thema sein wird. Weil in der Praxis ganz viele rechtliche Themen auftauchen, auch wenn man es gar nicht merkt. Das ist also das Arbeitsrecht, wenn es ums Personal geht. Das ist das Zulassungsrecht, wenn es darum geht, ob ich mich überhaupt niederlassen darf. Das können Rechtsstreitigkeiten mit Krankenversicherungen sein, mit Patienten. Und in all diesen Fragen helfen wir unseren Mandanten, unseren Ärzten, damit sie sich um das kümmern können, was eigentlich ihnen wichtig ist, nämlich das Wohl der Patienten. Und wir sind eine Hilfestellung im Hintergrund, die ihnen vielleicht die eine oder andere Sorge nehmen kann. Und wir sind dann hierlehnt. Bis zum nächsten Mal.